Ein Hurricane hat in dieser Kleinstadt großen Schaden angerichtet. Am nächsten Tag war eine Frau überrascht, als sie einen Hund sah, der etwas in einer riesigen Tasche mit sich führte. Sinton, eine Stadt in Texas, hat weniger als 6000 Einwohner. Viele der Einwohner sind gut befreundet und jeder ist immer auf dem neuesten Stand. Und es gab eine Familie, die in den Nachrichten landete, aber nicht wegen etwas, was sie getan hatte, sondern wegen ihres Hundes. Die Segoviers hatten einen Hund namens Otis, einen großen braunen Schäferhundmischling, der aus der Masse herausstach. Er war schon als Welpe zur Familie gestoßen. Otis gehörte dem sechsjährigen Carter, aber die Dinge änderten sich, als der Junge und seine Eltern die Nachbarschaft verließen, um der durch Hurricane Harvey verursachten Flut zu entkommen. Salvador Segovia, Carters Großvater, blieb in Sinton zurück und versprach, Otis unter seine Fittiche zu nehmen, bis sein Enkel zurückkehrt. Salvador war derjenige, der den Welpen zuerst gefunden hatte. Vor vielen Jahren fuhr der Mann mit Otis in seinem Auto durch die Stadt und suchte nach einem Platz, an dem er ihn abgeben konnte. Der Mann wollte sich nicht um den Hund kümmern, aber der Gedanke, dass das arme Tier ausgesetzt werden sollte, brach ihm das Herz. Der Mann bot Otis dann Salvador an, der den Welpen sofort bei sich aufnimmt. Lass ihn hier, sagte Salvador, wir werden ihn behalten. Der Hund wurde daraufhin Carters Haustier. Der Junge freute sich sehr. Tatsächlich spricht die ganze Familie in den höchsten Tönen von Otis. Obwohl sie den Hund als traurig aussehend beschrieben haben, machen ihm sein flauschiges Fell und sein Liebeswesen sehr charmant. Alle finden, dass der Hund sehr zugänglich ist. Die Leute bewundern ihn einfach, wann immer sie ihn sehen, sagt Salvador. Es war nicht ungewöhnlich, von Haustieren in der Gegend zu hören. Überall in den USA sind Hunde die beliebtesten Haustiere. Otis hatte all die typischen Eigenschaften, die Menschen zu Hunden hinziehen. Obwohl viele Menschen Hunde besitzen, ist es eine allgemeine Regel, dass sie in bestimmten Gebäuden oder an bestimmten Orten nicht erlaubt sind. Viele Restaurantbesitzer verbieten den Tieren zum Beispiel den Zutritt. Otis, der liebenswerte braune Hund, hatte das noch nie erlebt. Wann immer der hungrige Köter Lust auf einen Burger hatte, durfte er zu Dairy Queen gehen und sich dort einen holen. Er durfte sogar in das Bezirksgericht, um sich auszuruhen oder Zeit mit den Menschen dort zu verbringen. Der Hund war in der ganzen Stadt bekannt. Aber sein Durchbruch kam kurz nach dem Wirbelsturm. Die Geschichte wurde von Thiele Dockens dokumentiert. Thiele war erst vor kurzem in die texanische Region gezogen und lernte die Menschen dort gerade erst kennen. Am Tag nach dem Sturm ging sie nach draußen, um zu sehen, wie es ihren Nachbarn ging. Glücklicherweise gab es in ihrer Gegend nicht viele Schäden oder Verletzte. Bevor sie nach Hause ging, musste sie noch ein paar Besorgungen machen. Als sie den Bürgersteig entlang ging, entdeckte die Frau einen Hund, der eine große Tasche trug. Der Hund war ganz allein. Obwohl die Tasche schwer und voll mit verschiedenen Gegenständen zu sein schien, trug der Schäferhund Mix sie mit Leichtigkeit. Zuerst machte sie sich Sorgen um den Hund, weil sie glaubte, er habe sich verlaufen. Also holte Thiele ihr Handy aus der Tasche und machte ein Foto von dem Tier. Sie wollte das Bild später online stellen, falls jemand nach dem Hund suchen würde. Der Hund hatte empfindliche Ohren und konnte die Frau von hinten hören. Er drehte sich zu ihr um und ließ die Tasche fallen. Als sie sich näherte, schmolz ihr Herz dahin. Die Tüte war bis zum Rand gefüllt und enthielt Hundefutter. Es war genug Futter, um das Tier für eine lange Zeit zu ernähren. Nachdem er die Frau angeschaut hatte, hob der Hund die Tüte auf und lief weiter die Straße hinunter. Thiele nahm an, dass der Hund auf dem Weg zu seinen Besitzern war. Es ist, als wäre er auf einer Mission, dachte Thiele bei sich. Sie fand den Hund liebenswert. Es kam ihr nicht richtig vor, die Kreatur allein zu lassen, also schloss sie sich ihm an. Die beiden liefen ein paar Kilometer, bis sie schließlich das Ziel des Hundes erreichten, das Haus der Familie Segovia. Thiele trat an die Haustür und klopfte. Fast augenblicklich öffnete sich die Tür und gab den Blick auf einen älteren Mann frei. Salvador erkannte die Frau nicht und fragte sie, ob es ihr gut ginge. Sie nickte enthusiastisch. Ist das dein Hund, der da die Straße entlang kommt? fragte Thiele. Dann ging sie zur Seite und deutete auf Otis. Salvador war froh, sein geliebtes Haustier zu sehen und winkte ihm zu. Der Hund trug immer noch die große Tasche. Sobald er die Tür erreicht hatte, stellte er sie ab und gab den Blick auf die Handvoll Futter darin frei. Salvador war stolz darauf, wie einfallsreich Otis war und beugte sich herunter, um den Hund zu umarmen. Er weiß, wohin er gehen muss, um sich ein Leckerli zu holen, erklärte er, nachdem er zu der Situation befragt worden war. Otis volle Tasche ist ein Beweis für die Cleverness des Hundes. Jetzt, wo Otis endlich nach Hause zurückgekehrt war, konnte Salvador alle Puzzleteile zusammenfügen und herausfinden, was passiert war. Seit einigen Tagen hatte sich die Nachbarschaft auf den Hurricane Harvey vorbereitet. Aus den Nachrichten und der Wettervorhersage erfuhren die Bewohner, dass es sehr gefährlich werden würde und so deckten sich die Menschen entweder mit Lebensmitteln ein oder verließen die Stadt. Da Salvador sich dafür entschieden hatte zu bleiben, musste er das Protokoll befolgen und sein Haus auf mögliche Gefahren vorbereiten. In der Nacht zum Freitag räumte der ältere Mann einige Gegenstände in seinem Haus um. Es war schon einige Zeit her, dass er Otis das letzte Mal gesehen hatte, aber er nahm einfach an, dass der Hund ruhig auf der hinteren Veranda saß. Aber der Hund fand den Sturm tatsächlich beunruhigend und konnte nicht ruhig sitzen bleiben. Salvador hatte etwas Futter und Wasser auf die Veranda gestellt, aber Otis konnte gerade nicht fressen. Als er ein lautes Geräusch hörte, sprang Otis vor Angst auf und riss die Fliegengittertür auf. Der Hund rannte kilometerweit. Als Salvador mit den Vorbereitungen im Haus fertig war, war Otis schon weg. Salvador rief durch die Fenster nach seinem Hund und schrie aus Leibeskräften, doch er bekam keine Antwort und es war zu spät, um ihn zu suchen. Er musste bis zum nächsten Tag warten. Da wegen des Hurricanes alle in ihren Häusern blieben, gab es niemanden, der Otis sein übliches Eis oder seinen Hamburger geben konnte. Stattdessen musste der Hund zu einem der örtlichen Versorgungsläden gehen, um nach Hundefutter zu suchen. In einem der Holzläden stand ein volles Regal mit Old Roy, Otis' Lieblingsfutter. Als die Sonne aufgegangen war und alles wieder sicher schien, verließ Salvador das Haus, um nach Otis zu suchen. Er konnte ihn auch nach stundenlangen Suchen nicht finden. Der ältere Mann ging zurück in sein Haus und betete, dass der Hund zurückkommen möge. Kurz darauf klopften Thiele und Otis an seine Tür. Thiele postete das Foto von Otis im Internet, woraufhin alle nach der Geschichte des Hundes und der großen Tasche fragten, die er bei sich trug. Die Frau lieferte eine Erklärung in ihrer Bildunterschrift. Dieser Hund läuft in Sinten, Texas herum und trägt eine ganze Tüte Hundefutter mit sich. Besitzer gefunden. Es ist kein Streuner. Er heißt Otis. Das Facebook-Bild verbreitete sich schnell unter den Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde Sinten. Seit dem ersten Hochladen wurde Thiele's Posting von Otis und seiner Tasche mehr als 39.000 Mal geteilt. Es dauerte nicht lange, bis die Geschichte so viel Aufmerksamkeit erregte, dass sie in den Nachrichten gezeigt wurde. Nachdem das Bild von Otis im Internet aufgetaucht war, nannten viele Menschen den Hund und seine schwere Tasche ein, Symbol der Widerstandsfähigkeit. Die vom Hurricane Harvey verursachten Überschwemmungen brachten das Leben vieler Menschen durcheinander. Aber alle, die davon betroffen waren, haben versucht, einander zu helfen. Auch wenn wir Naturkatastrophen nicht kontrollieren können, wird die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften immer das Licht am Ende des Tunnels sein. Danke, dass du dir diese unglaubliche Geschichte angesehen hast. Welcher Teil hat dir am besten gefallen? Pass auf dich auf! Wir sehen uns bald wieder!